Herzlich Willkommen auf Unboxkings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Chris Ares. Ares. Chris Ares ist ein junger Rapper, der bei dem Label Arcadimusik unter Vertrag steht. Im Juli 2019 veröffentlichte er mit 2014 bis 2018 seine erste EP. Jetzt steht sein Debütalbum an. Ares beinhaltet 15 Tracks, Feature gibt es eines und dieses kommt von Label-Kollege Prototyp. Das Album kommt über Arcadimusik und erscheint als CD und auch als Box. Haiti Sui Sui. Das letzte Release von Haiti Nightliner Reloaded erschien im September 2019. Nun steht das neueste Album der Hamburgerin an. Sui Sui kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Club The Main und Avasel. Das Release kommt über Haiti und erscheint als Vinyl und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt aber hierauf. Ciao.